So lang, da läuft es. Okay, eine noch. Sehr gut. Der nächste Ballon liegt höher, wir müssen aufsteigen. Dann geben Sie mal voll das. Gut, merken Sie, wie das Flugzeug trotz Vollgas beim Steigen langsamer wird? Gehen Sie zum Aufsteigen immer grad. Steigen Sie nicht zu steil auf, sonst kommt es zum Strömungsabriff. Gut gemacht, für den nächsten Ballon sind wir sinkt. Merken Sie, wie wir im Linkflug schneller werden? Nehmen Sie beim Linkflugantrieb raus. Gut gemacht, dann setzen wir das Erlernte mal bei einer Landung ein. Nach rechts und an der Piste ausrichten. Fahren Sie auf das Fahrwerk aus. Gas für den Anzug runter auf etwa vier, fünf Prozent. Okay, ich fahre das Fahrwerk aus. Gleich ist es soweit. Antriebe auf Leerlauferringe, die Nase anheben und das Flugzeug aufsetzen lassen. Für die erste Landung ziemlich gut. Das war ein sehr guter erster Flug. Für diese Stunde habe ich mir etwas einfallen lassen. Und dann schoangen Sie zu. Oh, du bist! Oh, du bist! Oh, du bist! Oh, das war, du bist! Oh, du bist! Oh! Oh, du bist!